ich habe das gendersternchen ohne innen gefunden hier hier und hier wie konnte denn das passieren schauen wir mal genauer hin ach das ist gar kein gendersternchen das ist ein anmerkungssternchen im kleingedruckten gibt es nämlich zu lesen sämtliche personen bezeichnungen gelten gleichermaßen für alle geschlechter so hat man früher auch versucht sich rauszureden da kommt man heute nicht mehr mit durch und wer ist das der es hier noch mal dreist versucht und warum überhaupt ein privatschulunternehmen die werbetexte hatten wohl das gefühl dass der satz wenn lehrer innen auf deutsch und englisch begeistern einfach keinen rhythmischen schwung mehr hat noch mehr glaube ich aber dass die zielgruppe konservative familien mit ehe etwas mehr geld die ihre kinder kostenpflichtig auf privatschulen schicken sollen vom gendersternchen immer noch eher abgeschreckt sind dabei gibt sich dieses privatschulunternehmen mit dem gendern so eine mühe wenn es um personal wirbt lehramtsstudenten sind ja ohne gendersternchen vom unternehmen eher abgeschreckt sie sind erster ansprechpartner in unserer kinder da haben wir noch sozusagen glück dass auf den artikel verzichtet wird und nicht von schülerinnen und schülern und dem was ich geschlechtsmäßig so nicht erfassen dass die rede ist sonst müßte es heißen sie sind der die erste ansprechpartner in unserer schüler innen ich will mich nicht mit den verfeinden die guten glaubens sind und ehrlich überzeugt mit gendersternchen wird die welt zu einer besseren und gerechteren schließlich gibt es bestimmt auch gute menschen die wirklich daran glauben frauen müssten ein kopfduch tragen damit wir nicht alle in die hölle kommen aber denjenigen die uns dieses problem eingebockt haben bin ich wirklich böse so hartnäckig der deutschen sprache die fähigkeit abzusprechen dass sie mit einem einzigen wort die zugehörigkeit von menschen zu einer bestimmten kategorie ausdrücken kann bis sie es wirklich nicht mehr kann das ist so fies nein so weit will ich nicht gehen dass ich mir wünschte diejenigen wären im schwimmbad ertrunken weil sie nicht wußten wo sie hingehören wenn da nicht schwimmer steht ich will mich sinnloser und vergeblicherweise an dieser stelle für echten antisexistischen prachgebrauch einsetzen der umgekehrt alle weiblichen bezeichnungen rausschmeißt bis es ein für allemal wirklich nur ein generisches maskulinum für alles und jeden gibt und verweise hiermit ganz entschieden auf nele polacek dass nur klar ist dass es sich um eine antisexistische position aus feministischer sicht handelt nele polacek verbittet es sich korrigiert zu werden wenn sie von sich sagt sie sei schriftsteller hannah arendt sagt von sich sie sei jude meine mutter ist arzt mein liebster chemielehrer ist auf ihr video zum gendern ich hier sehr gerne verweise ich bin stolz auf meine ausbildung an der musikhochschule bei professor pizien chen im fach klavier sie ist ard preisträger und bei professor edith kertes im fach gesang die übrigens als edith gabri die marie in der uraufführung der opa die soldaten sang laut wikipedia sind im jahre 2010 72 prozent aller lehrer frauen 75 prozent aller heilpraktiker und 80 prozent aller apotheker hedwig dom sprach in aller selbstverständlichkeit immer ihre leser an und liebe forms wäre es keine gute idee wenn man das sternchen weglässt und einfach lehrer sagt aber im bild einen lehrer zeigt der eine frau ist und begeistert hat das ist natürlich recht wichtig schmerzt schmerzt es ist natürlich nicht just das schmerzt 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 schmerzt